Hallo und willkommen zum Wochenmarkt. Wir sind hier auf dem Bahnhof Zoo und mit diesem Zug werden in wenigen Minuten die Ärztin Dr. Anne von Bülow aus Charlottenburg und der Techniker Detlef Wengler aus Friedenau nach Köln fahren. Von dort aus fliegen sie gemeinsam mit 21 anderen Berlinern nach Goma in ein Lager für Ruanderflüchtlinge. Dort sterben noch immer täglich viele, viele Menschen. Warum nehmen die beiden diese Strapazen auf sich? Die La Gemeinhardt sprach mit ihnen. Die Ärztin Anne von Bülow hat eine gutgehende Praxis in der Charlottenburger Dankemannstraße. Sie ist 52, lebt allein, der Sohn ist längst erwachsen. Das war aber nicht der Grund, weshalb sich Anne von Bülow entschied, Ruanderflüchtlingen vor Ort zu helfen. Ihr Motiv ist Menschlichkeit, aber große Worte drum will sie auch nicht machen. Gemeinsam mit 21 anderen Berlinern fliegt sie in eins der Flüchtlingslager. Wissen tun wir nur, dass wir ausgerüstet mit Medikamenten, die Spenden sind und mit ein oder zwei, also ein Arzt, ein Pfleger, ein oder zwei Krankenschwestern durch dieses Flüchtlingslager in Goma gefahren werden und irgendwo abgesetzt, um so gute Medizin zu machen, wie das dann möglich ist. 14 Tage wird sie im Lager bleiben. Den Patienten hat sie gesagt, dass sie mal Urlaub machen will. Das wissen eigentlich, okay, jetzt durch sie wissen, haben sehr viele mitbekommen, aber normalerweise hat sie es aus ihrem eigenen Interesse gemacht und nicht damit alle Leute sagen, oh toll, du fährst nach Ruanda und du bist ganz toll, sondern einfach von ihrem persönlichen Inneren. Während ihrer Abwesenheit übernimmt ein befreundeter Arzt aus der Schlossparkklinik die Praxisvertretung. Wenn ich ihnen jetzt sage, sie fliegt nach Ruanda, um dort den Flüchtlingen zu helfen, das ist eine ganz tolle Sache. Die Hauptsache, sie kommt uns wieder heil zurück. Frau von Bühne, ich kann nur gratulieren. Szenenwechsel. Kreuznacher Straße in Friedenau. Hier wohnt Detlef Wengler, Techniker, 41, zurzeit arbeitslos. Er wird im Flüchtlingscamp Zelte aufbauen und sich um Wasserpumpen kümmern. Und er hatte nicht mal Zeit für alle Impfungen, die man dort unten braucht. Meiner Ansicht nach müssten da viel mehr Leute runterfahren und helfen. Und es werden nicht nur Ärzte gesucht, es werden auch Techniker gesucht. Wenglers Delmertina Diamond wird während seiner Abwesenheit von einer Freundin betreut. Haben Sie Angst um ihn? Naja, nur Angst. Ein komisches Gefühl ist es zu wissen, es könnte dort was passieren. Und es ist ein Mensch, den man irgendwo mag und der ist mittendrin. Der Schlefsack und ein paar persönliche Sachen sind gepackt. Der Abschied von den Freunden ist kurz. Sonntagmorgen am Bahnhof zu. Für den Techniker Detlef Wengler und die Ärztin Anne von Bülow beginnt eine Fahrt ins Ungewisse. Beide erwarten das Schlimmste und wollen das Beste geben. Geld bekommen sie für den Einsatz im Flüchtlingslager von Goma nicht. Zwei Berliner, die sich nach einem Aufruf im Fernsehen entschlossen, nach Seir zu fliegen, um den Ruanda-Flüchtlingen persönlich zu helfen. 266 Freiwillige gehören insgesamt zum ersten großen Hilfstrupp aus Deutschland. Das Schicksal der Ruanda-Flüchtlinge lässt keinen kalt. Die Resonanz zum Beispiel auf die gemeinsame Spendenaktion von SFB, ORB und Tagesspiegel ist groß. Aber dennoch reicht das Geld natürlich noch nicht. Für all diejenigen unter Ihnen, die noch nicht gespendet haben oder noch mehr spenden möchten, hier noch einmal die Kontonummer der gemeinsamen Aktion Berliner und Brandenburger helfen Ruanda. Die Kontonummer lautet 94 94 94 bei der Berliner Bank, Bankleitzahl 100 200 00 oder unter der gleichen Kontonummer auch die Berliner Sparkasse, Bankleitzahl 100 500 00. Die 266 deutschen Ruanda-Helfer, die gestern vom Köln-Borner Flughafen aufgebrochen sind, sitzen in Kairo fest. Ihre Maschine, eine von KER Deutschland gecharterte Ilyushin, der russischen Fluggesellschaft Aeroflot, hat Probleme mit den Navigationsinstrumenten und muss erst repariert werden. Mit der Ankunft der Helfer in den Flüchtlingslagern von Goma ist nun frühestens für morgen zu rechnen. Ruandische Flüchtlinge verlassen nach Angaben der Vereinten Nationen weiter die von Frankreich eingerichtete Sicherheitszone im Südwesten des Landes. Zwar kommen wie hier bei Bukawu an manchen Tagen bis zu 2000 Menschen nach Zahir, die befürchtete Massenflucht wie ins 100 Kilometer entfernte Goma ist aber bisher ausgeblieben. Dort leben immer noch 850.000 Ruander. In den Lagern um Goma nimmt die Gewalt zu. Am Wochenende sind vier Menschen bei Streitereien um die Verteilung von Lebensmitteln getötet worden. Auch heute schossen sairische Soldaten auf Flüchtlinge. Die Verteilung von Goma ist die Verteilung von Goma.